Welcher Gummifisch ist der beste zum Zanderangeln? Ihr werdet von mir jetzt nicht ein Modell oder eine Marke genannt bekommen, sondern welche Art von Köder brauchen wir? Ihr seht, langgezogene, stintförmige Shads mit hochfrequenter Aktion, also nur einem kleinen Paddel, sind für Zander das absolute A und O. Es kann auch gerne ein No-Action-Shad sein, der fast keine eigene Aktion hat. Zander ernähren sich hauptsächlich von Stinten. Zumindest wenn Stinte vorhanden sind, aber auch Modalicien, Lauben und andere Fische knallen Zander gerne weg. Also schlank, lang und mit wenig eigener Aktion. Gerne am Bleikopf, ab und zu verwende ich auch einen Stinger und wenn du auch dicke Zander fangen willst, abonniere diesen Kanal.